Ja wie sagt man so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und das ist eine ganz klare Richtung. Und da gibt es selbst Kryptowährungen wie Link, die in einem einzigen Tag 23% gecrashed sind. Im gestrigen Video sind wir schon mal auf die Situation drauf eingegangen, nur dann ging es richtig los und der Kryptomarkt ist unfassbar stark abgestraft worden. Der Bitcoin ist zum aktuellen Zeitpunkt auf den 52.000, 53.000 US-Dollar, Ethereum auf 2.300 US-Dollar. Das wirklich Verrückte ist zu sehen, dass der Bitcoin kurzzeitig sogar unter den 50.000 US-Dollar lag mit einer Tagesbilanz von minus 18,5%. Somit sollte sich der Kryptomarkt dann in einer extremen Angst befinden, der wird hier gegen 12 Uhr aktualisiert und bemisst die Daten vom Vortag, aber die 26 sieht auch schon echt hart aus. Das heißt, die Masse der Marktteilnehmer ist extrem panisch, extrem ängstlich. Genau das, was es braucht, um die gesamten Kurse abzuverkaufen in einem Bullenmarkt. Und hier sind alle Augen auf einer möglichen Rezession. Hier natürlich auch bezüglich dem Sam Rule Recession Indicator, der gesagt hat, hey, wir befinden uns in einer Rezession. Und das hat zum einen verheerende Auswirkungen auf den Aktienmarkt. Wir sehen es ja tatsächlich auch hier. Wir haben die Giganten, die Blue Chips, die tatsächlich hier auch sehr, sehr wahrscheinlich eine zweistellige Korrektur erfahren. Und für den Kryptomarkt ist das vielleicht schon eher normal, aber für den Aktienmarkt ist das alles andere als normal. Und die Panik, die besteht weiterhin, denn wir bekommen keine guten Signale bisher rein, keine guten Nachrichten bisher rein. Und da muss sogar die FED eingreifen und wird heute ein Emergency Meeting veranstalten. Wie ihr es auch hier lesen könnt, sehr wahrscheinlich wird die FED heute ein Emergency Meeting veranstalten bezüglich dem japanischen Aktienmarkt. Und ich meine, das ist auch keine einfache Pille zu schlucken. Ich muss es nochmal wiederholen. Der größte Zwei-Tages-Rückgang seiner Geschichte. Und laut Zero Hedge ist dies noch ein größerer Rückgang als der Crash am schwarzen Montag im Jahr 1987. Nun hat Südkorea angesichts des Market Crashs alle Verkaufsaufträge gestoppt. Und es kommt zu Panikverkäufen. Dass es verheerende Auswirkungen hat, nicht nur für Japan, das sollte wohl spätestens auch ab dieser Information hier klar geworden sein. Aber dementsprechend befindet sich der gesamte Markt und inklusive der Kryptomarkt natürlich auch komplett im freien Fall. Und wir sehen es ja auch. Eine Milliarde Dollar wurde innerhalb der letzten 24 Stunden vom Bitcoin und dem Kryptomarkt liquidiert. Innerhalb von 24 Stunden eine Milliarde Liquidationen. Und dementsprechend muss die FED sogar verfrüht eingreifen, damit hier keine weitere Panik entsteht, beziehungsweise damit dieses Problem sich nicht noch weiter ausartet. Wir sehen es ja, das nächste FOMC-Meeting wäre tatsächlich erst in 44 Tagen. Wo es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass die Raids gecuttet werden. Die einzige Frage ist nur, wie stark die Raid-Cuts ausfallen werden. Hier muss auf jeden Fall Ruhe eintreten, sonst sieht es weiterhin sehr, sehr kritisch aus. Ich meine, schaut euch das mal bitte an. Near Protocol auf 3,41 Dollar. Solche Preise haben wir wirklich lange nicht mehr gesehen. Ethereum auf 2,300. Solana wieder auf 120 US-Dollarn. Chainlink auf einer einstelligen Zahl. Polygon auf 36 US-Dollar Cent. ICP auch wieder auf unter 7 US-Dollar. Fetch AI bzw. ASI auf 83 US-Dollar Cent. Und wenn wir mal in das kürzlich erstellte Altcoin-Portfolio reinschauen, und was wir zum Juli erstellt haben, dann sind wir jetzt tatsächlich 14% innerhalb von 24 Stunden gefallen, was uns zu einem Total Profit Loss von minus 20% führt. Und das, obwohl wir tatsächlich 30% in Stables hatten. Und das wirklich krasse war, ich war gestern bis um 3 Uhr nachts wach und habe auch diese Charts hier vorbereitet. Und dann sehe ich auf einmal, wie innerhalb von 4 Stunden bzw. auch von 15 Minuten eine absolut krasse Candle nach unten hingeht. Und insbesondere im 4-Stunden-Chart beim Bitcoin werden uns ganz klar überverkaufte Kurse signalisiert, was auch bei allen Altcoins der Fall ist. Und das Problem ist auch, dass wir vor kurzem ein Bearish Cross reinbekommen haben beim Bitcoin-Ein-Tages-Chart, was uns ganz klar eine bärische Haltung aufzeigt, was wir auch hier perfekt beim Bitcoin-Kurs sehen konnten. Und weder auf den Ein-Tages-Chart noch auf dem Vier-Tages-Chart hat sich hier irgendwas geändert. Und man kann aktuell wahrscheinlich noch keine Trendumkehr erwarten, obwohl wir überverkaufte Kurse haben. Das Ganze sind zwar nur Wahrscheinlichkeiten, aber es zeigt einfach das Ausmaß an, in dem wir uns zum aktuellen Zeitpunkt befinden. Die Massenpanik ist riesig. Wir haben Fälle, die einen erinnern lassen an den Covid-Crash, genauso wie an den FTX-Crash. Wir haben Marktteilnehmer, die aus dem Markt nicht weggehen, nicht draus sprinten, sondern wegrennen. Ein bisschen so wie bei den Olympischen Spielen, deswegen möchte ich hier ganz kurz mal auf ein paar Kommentare drauf eingehen. Und ganz wichtige Information, ihr seid nicht alleine. Jeder, der zum aktuellen Zeitpunkt an dem Markt partizipiert, der leidet genauso wie ihr. Und viele sehen das Ganze als eine Nachkaufgelegenheit. Man sagt ja auch immer, man soll gierig sein, währenddessen die anderen vor Angst erzittern und währenddessen Blut auf den Straßen liegt. Und falls ihr noch nach einer Börse zum Traden oder aber auch zum Hodeln sucht, dann checkt gerne mal BingX ab, wobei ich zum aktuellen Zeitpunkt die Finger vom Traden lassen würde. Weil der Markt einfach viel zu volatil ist. Beziehungsweise natürlich unter erhöhtem Risiko. Und wenn du den Link in der Videobeschreibung nutzt, supportest du mich. Plus kannst du noch eine Belohnung von bis zu 5000 USDT erhalten, die du als Trading-Bonus nutzen kannst. 130 USDT-Registrierungsbelohnung, 500 USDT-Marktimal-Einzahlungsbelohnung und 5000 USDT als Handelsbelohnung. Meiner Meinung nach ist es deutlich besser antizyklisch zu agieren. Dennoch muss man das Ganze auch mit einer kleinen Vorsicht walten lassen, weil wir haben tatsächlich ein Fass ohne Boden, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt. Wie gesagt, wir lagen bei dem Fear in Greed Index, bei einer 26, kurz vor der totalen Angst, und das bei einem Preis von 58.000 USD beim Bitcoin. Und die Lage ist sogar so schlimm, dass das nächste FOMC-Meeting heute stattfinden wird und nicht in 44 Tagen. Und das sind halt wirklich die harten Zahlen, Daten und Fakten. Aber wenn das schon alles wäre, nein, ein Krieg steht tatsächlich auch noch im Raum. Es ist ebenso Fakt, dass man solche Zeiten durchstehen muss, um am Ende auch zu den Gewinnern zu gehören. Weil das ist das größte Problem, in solchen Phasen auch dem Markt zu vertrauen, beziehungsweise weiter in dem Markt zu bleiben. Und die Panik ist deutlich zu spüren. Meinst du nicht, dass es der Zyklus gebrochen ist und der Bärenmarkt kommt? Dieses Bot-Kommentar hauen wir mal raus. Aber es geht noch weiter. Mit ist Crypto es Game Over. Da hat man tatsächlich sogar die deutsche Sprache verlernt. Einige nehmen es etwas leichter auf die Schulter und fragen, ob wir doch noch unsere 12.000 beim Bitcoin bekommen. Und einige müssen jetzt nach der Rücksprache mit dem Arzt die bitteren Pillen schlucken. Aber viele haben es auch verstanden. Diese Korrektur wird die letzten zweifelnden Retailer aus dem Markt spülen. Und ich sehe es in den Kommentaren, in Telegram, überall. Oder aber auch hier, ich gebe es auf. Am liebsten würde ich einfach alles verkaufen. Versuche mal irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Bin fast 30 bis 40 Prozent im Minus. Das sind einige K heftig, wo ich quasi zustimmen muss. Du möchtest ein 10x mitnehmen, aber hältst keine minus 30 Prozent Volatilität aus. Es wird sehr interessant auf den Märkten zu beobachten, was passiert. 15.30 Uhr deutsche Zeit sollten die jetzt hier geöffnet haben. Also um 9.30 Uhr Eastern Time. Wobei das Pre-Market Trading hier auch schon drei Stunden früher ist. Und auf genau das gilt es zu achten. Wir müssen jetzt ganz genau schauen, wie diese Informationen aufgenommen werden. Wir haben ja gesehen, dass massive Panik-Settings betrieben wurden. In großem Stil. Haben wir wie gesagt lange nicht mehr gesehen. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt aber auch noch nicht die Informationen einer bestätigteren Trendumkehr. Aktuell sieht es wirklich so aus, als wäre der Markt noch in einer Findungsphase. Und ich war wie gesagt gestern bis 3 Uhr nachts wach. Und habe die Kurse einbrechen sehen innerhalb von Sekunden. Insbesondere Bitensor Tao. Also die Kryptowährung habe ich mir eben angeschaut. Und da ging es wirklich rapide nach unten. Von 200 US-Dollarn innerhalb der kürzesten Zeit auf 181 Dollar. Wir wären sogar kurzzeitig auf 167 US-Dollarn. Das sind wirklich sensationelle Preise. Dann wird es auch wichtig zu schauen, was hier in diesem Emergency Meeting gesagt wird. Ob sie die Masse beruhigen können. Und was für mich persönlich sehr sehr interessant wird, sind die Bitcoin ETFs, die ja tatsächlich recht gut performt haben. Aber wir hatten am 2. August, also am letzten Trading Tag, tatsächlich auch schon 237 Millionen Abflüsse. Und wie reagieren die, die Retailer, die sich nicht so stark mit dem Kryptomarkt auseinandersetzen. Insbesondere die, die jetzt in Ethereum investiert haben. Wie reagieren die auf solche Kurseinbrüche? Ich bin unfassbar gespannt. Also die Massenpsychologie ist zum aktuellen Zeitpunkt wirklich alles. Denn die Massenpanik ist da. Die Angst vor der potenziellen Rezession ist da. Obwohl wir uns sehr wahrscheinlich nun auch schon an einer befinden. Wenn dieser Sam Rule in die Karte ausgeschlagen ist, dann ist das eigentlich nur die Information, hey, hallo Rezession. Aber wie gesagt, mal schauen, wie diese gesamte Sache gehandelt wird. Und dieses Video wollte ich unbedingt machen, denn ich fahre, beziehungsweise ich fliege heute in den Urlaub. Und wie man es kennt, wenn man in den Urlaub fliegt, das ist ja so eine YouTuber-Krankheit, dann dreht der Markt mal komplett ab. Aber dieses Update wollte ich euch unbedingt bringen. Das heißt, falls ihr einen Mehrwert drin gesehen habt, dann lasst mir sehr, sehr gerne ein Like da. Sehr gerne auch etwas Nettes in die Kommentare schreiben oder auch etwas Böses, je nachdem, wie dir zumute ist. Und ansonsten würde ich auch schon sagen, wir sehen uns bis hin zu den nächsten Videos. Ich werde natürlich jeden auf dem Laufenden halten, selbst wenn ich im Urlaub bin. Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das heißt natürlich, falls du hier auch den Max mal mehrwert mitbekommen möchtest, immer up-to-date sein möchtest, dann sehr gerne auch ein Abo da lassen. Insbesondere in der heutigen Zeit extrem wichtig. Ansonsten würde ich mal sagen, wir sehen uns und bis dahin. Peace out.